Hallo! Hallo! Ich bin der Herstlund. Red Bull Track Mania 2, den ich aufnehme. Der Cool Track, den ich hier runtergeladen habe. Sehr schön im Sand. Der ist übergegangen, aber sehr flüssig zu fahren. Das sieht gut aus. Ich sehe echt, wenn ich gleich mal endlich bin, das kommt aus dem Weg zu fahren. Da kommt dann auch ein Seeler von mir. Wie geht's? Ich komme nach rechts. Leider habe ich jetzt ein Stück gut. Hier habe ich auch noch ein Stück süß. Aber jetzt geht wieder flüssig weiter. Da muss man eigentlich jetzt mal Schwung aufnehmen. Jetzt ist unser blaues Dreieck. Auf der kleinigen Stelle. Das überkommt. Und jetzt ziehen. Danke fürs Zuschauen.